Gib mir mal dein Fahrrad Wir müssen wir uns keilen Wir könnten doch auch teilen, dass jeder immer das bekommt, was er gerade braucht Darf ich in ihr Haus rein? Nein, das ist meins Es wohnt doch keiner drinnen Trotzdem ist es meins Wir stören doch keinen hier im Haus, warum muss ich dann trotzdem raus? Weil es eben meins ist meins, meins, meins Weil es eben seins ist, seins, seins, seins Meins oder deins, so geht es alle Tage Meins oder deins, was für ne doofe Frage Gibst du mir dein Fahrrad? Bitte ist doch klar Ich brauch es auch nicht lange Frag nicht lang und fahr Wäre das nicht fabelhaft, mein und dein wird abgeschafft Dann kriegt jeder immer alles, wann er's braucht Dann kriegt jeder immer alles, wann er's braucht